Alles, was Sie in diesem Raum sehen, wurde dem Grab der Wikingerkönigin Ossar beigegeben. Im ganzen Schiff hat man lediglich einige wenige Runen gefunden. Diese hier, Little Viz Marder. Nur wenig weiß der Mensch. Was haben diese Wikinger also gewusst, das wir nicht wissen? Das kann doch nicht wahr sein. Das hier ist eine Karte. Entschuldigt, wonach suchen wir eigentlich? Und sehr wahrscheinlich auch eine Schatzkarte. Die Wikinger haben immer wieder geplündert und brauchten einen Ort, wo sie ihre Beute verstecken konnten. Und den haben sie gefunden. Ich will nur dein Geheimnis lösen. Wo fahren wir diesen Sommer hin? Können wir nicht in den Süden fahren und endlich mal richtig Urlaub machen? Das ist unsere Chance. Das wird ein Abenteuer. Finnmark? Ja, Liebes. In der Finnmark gibt's jede Menge Sonne. Sogar 24 Stunden lang. Die Mitternachtssonne. Das kostet dich ein Computer, Papa. In Ordnung, Schatz. Papa, können wir nicht nach Hause fahren? Wir gehen weiter. Vor tausend Jahren war hier keine Grenze. Papa! Ragnarök. Glaubst du an mich? Ah! Wir holen dich da raus! Papa war ich! Das hier ist keine Schatzkammer. Nein. Das hier ist eine Grabkammer. Ich werde das Tier mit nach Hause nehmen. Das ist alles deine Schuld. Ich wollte nur eine Antwort. Ich wollte nur eine Antwort. Ich spreche das cerche. Das hier ist alles unter and Heaven. Das ist eine andere Nachfrage des Ge�stättsk� noticed. Untertitelung des ZDF, 2020